So, und ich habe auch schon eine passende Rückennummer, glaube ich, für ihn. Entweder bekommt er die 10 oder die 7. Mal gucken, welche er sich aussucht. Ich meine, er ist 10er. Die 10 ist frei. Ich bin gespannt. Erster Neuzugang. Und ja, so viele Neuzugänge werden ja auch gar nicht kommen. Wir sind ja eigentlich so mit unserer Truppe, wie wir sie haben, ganz gut aufgestellt. Wir haben eine gute Jugend. Das heißt, wir brauchen gar nicht... Ja, jetzt ist die 7. Okay. Perfekt. Das heißt, wir brauchen da gar nicht jetzt so krass was zu machen. Ich habe Bock, mit ihm zu zocken. Ist auch von der Schnelligkeit 6,8. Das ist ein super Deal. Nur ein B. Wir hätten auch noch runter... 5,5 hätten sie angeblich angenommen. Okay. Okay. Schauen wir mal. Wir gehen natürlich auf Teammanagement und... Zack. Er kann auch linkes Mittelfeld spielen, was natürlich super praktisch ist. Dementsprechend kann ich auch... Ja, guckt euch das an. Wir haben Senders, Jakobs, Zimmermann, Leo, alle für Flügel. Also das ist das zu viel los. Da müssen wir auf jeden Fall noch den einen oder anderen abgeben. Das nützt alles nichts. Olivera, Fuchs, vielleicht nehme ich Fuchs auf die Bank. Ich weiß es nicht genau. Wobei Shevchenko schneller ist und mehr Physis hat. Und noch ein bisschen erfahrener. Nee, das passt mit Shevchenko auf der Bank. Das Gute ist, er wird sich auch nicht so viel beschweren. Das passt. Also Transferphase läuft im Moment ganz gut. Neuer Trainingsplan. Sein Geilen hat das angenommen. Können wir annehmen. Ja, wir haben ja nicht das Ziel mit dem Gehalt. Deswegen lassen wir das jetzt einfach so. Wer ist das? Jo. Hier gehen wir mal. Hauptsache der wird ausgeliehen. Ist ja nicht so ein guter Spieler. Hier gehen wir mal in die Verhandlungen rein. Gucken, ob wir da das Gehalt irgendwie ändern können. Um es ein bisschen realistischer zu machen. 30% bezahlen wir. 70 Fällen heute. Ja, es läuft doch eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob wir in dieser Folge die Transfergeschichte durchmachen. Heidenheim möchte Dom P. auch haben. Ja. Das weiß ich jetzt nicht. Weiß ich nicht. Sudo Leo. Das nehmen wir an, weil... Also ein Jahresfly, weil... Naja... Hier haben wir noch einige, die keine... Ja, sag ich mal... Transferangebote bekommen haben. Oder Leihangebote. Also es... Zieht sich. Transfer... Verlauf. Ein für ein. Wann mal. Wo haben wir denn? Ja, Heidenheim. Heidenheim... Ist Dom P. Ich meine, Heidenheim ist glaube ich abgestiegen, ne? Also das macht... Das macht dann keinen Sinn, ne? Ist Heidenheim abgestiegen? Ne, sind sie nicht. Aber ich weiß nicht, ob das ein Wechsel ist, wo ich sage... Das macht Sinn. Weiß ich nicht. Einladungsturnier. Ohle Schmidt wechselt nach New York für ein Jahr. Das ist glaube ich geil. Auch T.C. Hansen wechselt für ein Jahr nochmal ins Ausland. Ich nehme das mit dem wenigsten Preisgeld, was meiner Meinung nach eventuell am einfachsten ist. Hier ist Geleiwitz. Nehmen wir an. Boah, Heidenheim. Boah, Heidenheim. Ich meine... Schwierig. Schwierig. Zwei Jahre Ausleihen. Wir machen mal ein Jahresleihe. Bei Dom P. Ah, Dom P. weiß ich nicht. Geben wir ihn ab oder nicht? Er ist erfahren. Das nehmen wir natürlich an. Hier können wir es auch annehmen. Nehmen wir es an oder nicht? Der Vertrag läuft aus. Heidenheim will. Ich glaube, wir können es machen. Ja, komm. Er bleibt uns in der Bundesliga erhalten. Ist doch ein cooles Angebot. Wir haben auf dieser Position super, super viele Spieler einfach. Wir können nicht alle behalten. Das funktioniert nicht. Olivera wechselt. Nach St. Gallen. Hoffentlich kann er da nochmal ein bisschen was reißen. Dom P. Das ging jetzt schnell. Hexel nach Heidenheim. Einer, wo ich den Abgang tatsächlich doch jetzt vor der Folge sag ich mal nicht unbedingt gedacht hätte. Aber, ja. Kann man auf jeden Fall machen. Kriegt nochmal Geld. Man muss ja auch wirtschaftlich denken. Und wir haben einfach einen zu großen Kader. Tom Sanne wechselt nach Rotterdam. Wenn Glatzel nach der Saison aufhört, ist auch gut. Ich finde den Deal aber gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben genügend Spieler auf jeden Fall für die Position. Ja, hier müssen wir noch ein bisschen aussortieren. Also, wie gesagt. Einer von diesen Talenten muss noch gehen. Sonst gibt das Stress. Sonst gibt das wirklich Stress. Geis ist auf der Backup-Position da unterwegs. Wir haben ja auch noch einen Scholz. Im Moment auch noch einen Jakobs. Lassen wir so. Unser Kader soll ja auch nicht zu breit sein. Wir haben Scout-Abschlussberichte. Herr Sirona da. Es ist doch endlich ein Jahr Laien. Let's go angenommen. Nehmen wir auch an. Aber für Bendis noch kein Angebot. Bendis noch kein Angebot. Jellert. Oh, nee. Der ist zu krass. Der ist zu krass. Leo Borges. Den haben wir auf der Liste. Den hatte ich mal als linksverteidiger Brasilianer. So ein bisschen auf Santos. Santos. Matanovic einfach freier Spieler. Mega krass. Takbar ist, glaube ich, der andere. Ja, genau. Takbar. Geiler Spieler. Auch 1,90 wuchtig. Jung, talentiert. Naja. Matanovic wäre einer für uns, aber falscher Zeitpunkt. Falscher Zeitpunkt. Das ist Oppermann. Verlässt uns ebenfalls nach Gleiwitz. 530.000 unter Marktwert. Macht nichts. Dafür haben wir da auch eine Baustelle weniger. Eindhoven. Oppermann verkauft. Ritafel ist auch dabei. Da müssen wir natürlich delegieren. 2 Jahre. Wir wollen 1 Jahr. Marcel Jakobs. Ich warte nochmal ein bisschen, ob da noch was anderes kommt. Aber Eindhoven. Ja. Wäre top. Köhler. Jetzt kommt ja das alles ins Rollen. Ja, die Folge. Ich schneide das nachher so zusammen, dass es nicht ganz so lang ist. Wir sind jetzt nämlich schon wieder fast bei einer Stunde Aufnahmezeit. Villarreal. Jetzt kommen sie rein. Benfica. Ne, da haben wir ja schon einen hingegeben. Aber ich glaube, ich fände Eindhoven. 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 Eindhoven finde ich irgendwie geiler. Ich meine jetzt 28. Und Eindhoven kann. Da spielt er international. Auf jeden Fall. Vielleicht gibt es da inzwischen auch schon was Neues. Champions League gibt es da schon die. Ah, die sind in der Quali-Runde für die Champions League. Da ist es doch. Passt. Testspiel jetzt. Das ist. Das ist. Leo. Start Brest. Top. Hellas Verona. Wir können ja auch nicht nur auf Jugendspieler setzen. Ist ja auch irgendwie. Weiß ich nicht. Das ist deine Chance. Nichts. Streng dich an, denn kann es klappen. Schonlau wird nirgends hingehen. Das ist auf jeden Fall klar. Villareal. Nein. Ne, ne. Äh. Holland ist schon geiler. Wir machen natürlich hier eine Schnell-Simulation. Ganz klar. Zimmermann. Sau schnell der Typ. 1,74. 1,73. 1,74. 1,74. Musliya wird aber da. Ben es ja in den Verhandlungen. Deswegen lassen wir ihn erstmal auf der Bank. Ist einfach realistischer. Und jetzt haben wir den Kader schon ein bisschen ausgedünnt. Und sind da auf einem guten Niveau. Wer ist denn unser Capitano? Schonlau. Das passt. Top. Schnell-Simulation. Zack. 3,1 Niederlage. Egal. Das ist nur das Vorbereitungsgenieur. Das ist nicht so. Nicht so wichtig. Ich würde schon gerne weit kommen in der Transferphase. Arthur Richter. Behalten wir ihn noch als Backup oder nicht? Ich weiß nicht, ob er das Zeug dazu hat, Backup zu sein. Weil wir haben Musliya. Wir haben Geiss. Scholz soll ja bleiben. Genau. Und dann das Richter drüber. So. Team-Management. Wir haben natürlich noch das Angebot. Also Arthur Richter wird uns denn verlassen. Ist ja auch für unser Ziel gut. Von daher machen wir das. Ne. 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 Warum gehen solche Talente nicht irgendwie nach Deutschland oder so? Das wäre cool. Benesh. Verlässt uns auch. Das ist ein Umbruch. Das ist ein krasser Umbruch. Aber ich glaube, das ist auch das, was wir ein bisschen brauchen. Auch da hätten wir wieder mehr Geld rausholen können. Ich weiß. Fabian Rehse habe ich auch auf die Liste gepackt mal. Ja, wäre natürlich einer immer mal wieder mit dem HSV in Verbindung gebracht. Aber Marcel Jakobs, ein Jahr Laie. Nehmen wir an. Oder behalten wir ihn? Nein. Der kommt nach der Saison zu uns. Ist ein geiler Spieler. Also auf 10 habe ich auch richtig Bock. Muss ich ganz ehrlich sagen. Tim Jung hat auch ein Angebot. Sehr schön. Ein Jahres Laie. Gucken wie er sich entwickelt. Danach kann man ihn auch kaufen. So. Benesh. Jetzt kommen wir in die Situation, wo ich sage, jetzt brauchen wir nochmal einen. Weil Scholz soll ja auch nur Backup sein. Also das. Richter wird verkauft. Fuchs ist Backup für Shevchenko noch. Mikkel, ja der spielt sowieso keine Rolle was das angeht. Ist dritter Torwart. Nick Meyer ist Backup. Wird wahrscheinlich noch verdient. Bleibt eventuell auch bei uns. Schang. Müssen wir gucken. Müssen wir gucken. Ähm. Aber wir brauchen noch einen. Ja. Sechser. Äh. Ein Achter. Ein Achter wäre wahrscheinlich. Ganz gut. Einer der irgendwie. Ja quasi. Den Zehner machen kann. Und auch die. Äh. Äh. Ja die Zehner Position. Ja das ist schon. Das ist auf jeden Fall sinnig. Wen haben wir denn da noch. Äh. Rechts und links kann er noch spielen. Wäre natürlich. Also von der. Position. Absolut. Äh. Äh. Er wird sich wahrscheinlich auch nicht krass. So von der Rolle. Oder halt Kastrop. Der kann. auch noch einen Flügel. Aber der wird auch Stamm spielen wollen. Janda kann nur die Achter Position. Das finde ich denn wiederum irgendwie schwierig. Lonvic. Äh. Finde ich mega cool. Aber es ist dann auch. Äh. Jetzt irgendwie nicht die richtige Position für ihn. Wir probieren es mal mit. Entschuldigung. Wir probieren es mal mit. Yusef Amin. Ich meine der ist. Jung. Talentiert. Temporeich. Dribbling. Schießen. Kann auf dem Flügel ausweichen. Die Achter Position ist ja auch bei uns eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Wir gehen mal rein in die Verhandlung. Der letzte Transfer. Braunschweig 10er war. Äh. Verrei. Das hat nicht so ganz gut geklappt. Wir bieten mal. Wir bieten mal. 4 Millionen. Wir bleiben bei 4. 4 Millionen. Hätte ich wahrscheinlich auch noch weniger rausholen können. Ich bin mal gespannt auf die Rolle die er haben will. Rotation. Naja. Möchte wichtig. Ah. Das heißt. Da muss ich auch rotieren. Okay. 5 Jahre. Let's go. 27. Das heißt. Eine Freigabe. Summe. Villa. Wir gehen mal auf 13. 2. Er will nur 11. 2. 12. 2. Eine Million mehr. Dann machen wir mal. 22. Und kriegt er eine gute Handgeldsumme. 5 Tore kriegt er 105.000. Okay. Machen wir so. Soll auch zufrieden sein. Zufrieden zu uns wechseln. Mal gucken welche Nummer er nimmt. Nimmt er sich die 10? Ich bin gespannt. Ich meine er ist wie gesagt auch ein 10er. Es sind ja auch viele Nummern jetzt frei geworden wieder. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich denke mal schon dass er sich die 10 nimmt. Wäre aber auch für mich. Nein er nimmt die 8. Okay. Er nimmt die Banished. Nummer. Also wir haben im Moment noch keinen Spieler mit der Nummer 10. Yusuf Armin. Ich hoffe ich spreche ihn auch richtig aus. Er hat eine 74. Eigentlich dachte ich er hätte eine 73. Sehr cool. Und dann war es das glaube ich gleich erstmal mit unserer großen Transferfolge. Zack. Packen wir ihn da nochmal hin. Also so wie die Mannschaft jetzt aussieht gefällt mir das eigentlich echt gut weil. Ja da ist alles. Da ist alles drin. Wir machen nochmal. Wir schmeißen die Rotationsmaschine an. Zack. Guys. Amin kommt direkt rein. Sanders kommt rein. Otto kommt rein. Und auf der rechten Seite. Nimm wir Ryu. Und auch Keepertausch. Bisschen switchen hier alles. Und dann zack. 3-1 auch hier verloren. Geist trifft. Schön. Wie gesagt die Vorbereitungsturniere die sind wirklich nicht wichtig für mich. Neuer Trainingsplan. Und dann schwulen wir noch einmal vor. Das ist Arthur Richter der uns verlässt. Das heißt wir haben glaube ich unser Ziel jetzt damit auch erreicht. Oder sind auf jeden Fall gut Stück dran. Ich geh mal rein hier. Finanzen. Hat er noch nicht genommen. Okay. Wir glaube ich kriegen gleich den ersten Scouting Bericht von unserer Jugend. Spielern. Richter verkauft. Das wäre cool. Meins. Das wäre cool. Meins finde ich ist. Das wäre was. Würde ich nehmen würde. Aber eigentlich müssten wir ihn gleich nennen. Ja der erste. Jetzt kriegen wir den. glaube ich den ersten. Marcel Jakobs wechselt nach Etaffe für ein Jahr. Haben wir noch nicht den ersten Scouting Bericht? Doch da. Ne. Hier haben wir natürlich auch noch einen Achter den wir auch nehmen könnten. Falls wir einen brauchen. Willems. Könnte man da auch dennoch hochziehen. Wir beenden auch hier unser Vorbereitungsturnier. Ändern wir noch mal ein bisschen die Aufstellung. Ja das lassen wir alles so. Schnell Simulation. Da kriegen wir noch einen Sieg hin. 1 zu 1. Armin trifft. Das ist sehr schön. Ein Punkt aus drei Spielen. Die ist jetzt nicht optimal. Aber das ist. Setzen wir auch keinen Fokus drauf. Warum wurde das abgelehnt? Paul Wanner. 75. Warum hat er das abgelehnt? Ach. Mainz hat es angenommen. Spieler Chat. Alles unter Kontrolle. So hier ist der Transfer durchgegangen. Zu Mainz. Das finde ich gut. Spielen glaube ich auch bei uns hier in der 1. Liga. Wenn mich nicht alles täuscht. Jo. Waren die letzte Saison auch in der 1. Liga? Boah ich weiß das gerade gar nicht genau. Oder sind die aufgestiegen? Mainz 05. Kann ich jetzt gerade gar nicht so sagen irgendwie. Naja. Ist auch nicht so wichtig. Da ist das Scouting Update. Was ich jetzt mal erwartet habe. Christopher Meier. Timo Becker. Wow. Eine Milieu. Let's go. Das ist ein krasses Zeitpunkt gewesen. Vincent Krüger. Nein. Matthias Müller. Auch nicht Christopher Meier. Timo Becker. Den lassen wir nochmal im Scouting Bericht drin. Ich gehe nochmal ins Büro und gucke auf den Kalender. Wann startet denn die Saison? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das heißt wir werden in der nächsten Folge werden wir uns um den Saisonstart kümmern. Ich bin mit der Mannschaft aber so wie sie jetzt ist zufrieden. Wir haben gute Spieler. Wir haben den Kader ausgedünnt. Wir haben hier noch ein paar junge Spieler die wir sag ich mal gut nutzen können. Und damit können wir glaube ich arbeiten. Wir dürfen nicht vergessen wir haben nur die Belastung der Bundesliga und des Pokals. Das heißt wir sind da auch nicht so krass in der Pflicht den Kader so breit zu haben. Ich bin auf der Überlegung ob wir vielleicht nochmal einen Sechser uns holen. Weil Geiss eigentlich nicht so häufig spielen sollte und Frank ist von der Qualität nicht gut genug. Dementsprechend da bin ich noch am Überlegen. Wir haben vorne Otto, Glatzel. Dann haben wir 5 Flügel. Dann haben wir Sanders und Chang. Da habe ich auch überlegt ob ich denn vielleicht nochmal einen alternativen Spieler hole. Weil wir halt dann zwei junge Spieler haben. Aber wir haben auch Muslija und Amin. Das passt eigentlich auch. Das heißt wir brauchen eigentlich nichts. Innenverteidiger haben wir Maier noch als vierten. Das einzige also Sechser da mache ich mir nochmal Gedanken. Aber grundsätzlich wäre das dann auch ein jüngerer Spieler auf jeden Fall. In diesem Sinne ist eine große Folge ist wieder eine lange Folge. Ich werde das so kompakt wie möglich schneiden. Und dann würde ich mich natürlich wieder freuen wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet. Wenn wir in den Saisonstart gehen. Der dritten Erstligasaison. Ja und da wollen wir angreifen. Europapokal. Conference Liga ist auf jeden Fall das Ziel was wir uns gesetzt haben. Ich bin super gespannt. Ich habe Bock drauf. Ja supportet das gerne. Das Video. Kommentieren. Liken. Abonnieren. Teilen. Ihr wisst es. Ich sage es immer wieder. Ich werde damit so lange auf die Eier gehen. Aber ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wiederschauen und reingehauen. Ciao. Ciao